Georg, warum hast du mir nicht gesagt, wie bezaubernd deine Kinder sind? Kinder, ich möchte, dass ihr Frau Schrader den Garten zeigt. Oh ja, zeigt mir den Garten. Ich möchte alles sehen, aber mit euch zusammen. Ich kenne zwar noch keinen eurer Namen, aber das macht nichts. Ich bin mir sicher, es wird sehr lange dauern, bis ich sie mir alle merken kann. Mein Name ist Martha. Ist er nicht? Ich bin Martha, sie ist Luisa. Sie hatten völlig recht, ich kenne meine eigenen Kinder nicht. Sie warten nur darauf, auch sie kennenzulernen. Sie wünschen es sich so sehr. Nachdem ich gegangen bin, wäre es schön, wenn sie... Nein, ich möchte, dass sie bleiben. Wenn ich ihnen eine Hilfe sein kann. Oh, sie war mir bereits eine Hilfe. Sie haben die Musik in mein Haus zurückgebracht. Ich hatte schon vergessen. Wie man lacht mit dem Bach, der an Steine stößt auf dem Weg. Ich lege ab ins Tal und singt in der Früh mit der Lerche den Morgenchorall. Hier oben am Berg, bin ich niemals einsam. Ich lausche dem Lied, das mich tief durchdringt. Ich stärke mein Herz durch den Klang der Berge, bis es wieder singt. Ich kriege dich nicht ges normalt. Ich closet nicht nur Dich, der berge, Vielen Dank.